In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Ausgaben und Kategorien über die Pleo Web App funktionieren. In der Web App sehen Sie alle Hauptfunktionen auf der linken Seite. Als Admin sehen Sie alle Ausgaben und deren detaillierte Information hier in Echtzeit. Sie können nach Ausgaben filtern und auf Einblick sehen, ob Belegen fehlen. Sie können als Admin auch individuelle Kategorien erstellen und mit entsprechenden Kontonummern versehen, um die Vorkontierung der Ausgaben zu automatisieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017